Normale, gucken wir mal. Lass mich beglücke, doch alles in der Still und wie es sich schicke. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker. Das alles ist rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und mauern ins Freie. Die Gedanken sind frei. Es ist oft gefallen, wir sind mehr als zehn. Und damit, wir hatten ja kein Gespräch vorher, das konnte ich letztendlich nicht darauf hinweisen, dass wir mehr als zehn. Insofern löse ich das jetzt erstmal auf, die Kundgebung, damit es hier kein großes Problem gibt. Ich gehe dann sicher noch mal einen Bratwurst essen und ein Bier trinken hier. Dürfen wir das auch nicht? Ja, das weiß ich nicht. Also nur 5G oder 62G. Ja, die sollen doch mal die Kirche drauf lassen. Von Peter Thierich hatten wir verteilt jetzt. Im Prinzip sind die Informationen dort... Schließt euch an. Schließt euch an. Schließt euch doch an. Schließt euch doch an. Ich berühse doch genauso. Ja, was ist denn mit Zehnergruppen? Also. Schließt euch an. Zehnergruppen. Schließt euch an. Schließt euch an. Schließt euch an.